Hi! Hallo! Hier sind wir wieder. So, was wollen wir jetzt machen? Haben wir noch irgendwas zu tun? Sollen wir... Was ist das hier? Da können sie forschen. Oder du wolltest doch mal in die Bibliothek unbedingt, ne? Ja. Warum auch immer. Gut, dann gehen wir jetzt in die Bibliothek, um Soran den Wunsch zu erfüllen. Sie fliegt! Ja, geil! Das ist echt geil! Batman, sie schleift doch wieder am Boden. Ich bin zu schwer. Ich kann nicht. Warte, warte, warte. Schneller, komm. Durch die Tür durch, das kann sie auch noch. Das ist cool. Ja, bam. Guck mal, hier hast du Bibliothek. Ja, cool. Bibliothek schreibt man ja voll scheiße, schreibt man ja Bibliothek. Ja. Aber keiner spricht das so aus, oder? Ich sag auch immer Bibliothek. Bibliothek? Sagst du Bibliothek? Ja. Ja. Bin ich der Einzige, oder was? Äh. So, und? Ja. Das ist langweilig. Richtig! Es ist ja auch ne Bibliothek! Also Katja vom Shooter. Könnten wir wieder mal auf unserem Online-Dating gucken? Ja! Ähm. Online-Dating. Lernen! Ach, fuck off, lernen! Mitteilung nachgucken. Jemanden online kennenlernen. Hoffentlich auf den. Ach, keine Ahnung. Oh! Ludo! Hi! Ich erhalte positive Schwingungen von dir. Ludo. Cat. Brian. Try Levis. Levis? Nicolaas? Die sind neu, oder? Nicolaas sieht komisch aus. Sie sieht scheiße gruselig aus. Oh yeah! Wer ist denn Derek? Komm, wir müssen uns die Profile angucken von denen. Komm, das war von Levis. Levis ist Wassermann. Mhm. Er mag Hamburger mit Zucker. Er ist athletisch. Er ist vegetarisch. Achso. Gemüseburger. Charismatisch. Geistertabwesen. Partylöwe. Oh, das sieht richtig aus wie ein Partylöwe. Siehst du nicht mehr. Oh yeah! Oh, und Schnorrer. Ein Schnorrer. Das sieht irgendwie komisch aus mit dem Kopf. Ja, das ist zu hoch. Er mag angeln. Oh, das ist ein Vampir. Er mag das lieb. Das ist O-Positiv. Aha. Was haben wir für eine Blutgruppe? Keine Ahnung. Mann, da geschehen. Guter Küsse. Sozialhumorholfen. Und was auch schon. Ja, langweilig. Ja, ne? Haben wir Paul schon mal? Ach du Scheiße. Der sprudelt ja vor Emotionen. Hm. Er ist böse. Er ist böse. Er ist traurig. Boah, das sieht doch hier aus wie der blöde Nachbar von nebenan, ey. Tollparty-loser. Aber ein guter Küsse. Oh, der mag Kindermusik. Lieblingsmusik Kinder. Lieblingsmusik Kinder. Ich liebe es, wenn sie schreien. Okay. Das ist fucking creepy. Was stand da grad oben vorne? Er hasst Kinder. Verarsch mich nicht. Avantgarde. Er wünscht Geld. Ach, was weiß ich, was ist. Soll ich dir mal eine Mitteilung setzen? Warum? Der mag keine Kinder. Ja, und? Wir wollen Kinder. Wir wollen Kinder. Ja, irgendwann mal. Man kann aber auch seine Merkmal ändern, glaub ich, irgendwie. Cool. Durch Tieten oder durch'n Trick. Also, ich hab durch Lebensmittelungen. Hallo, mein Schnuckelhäschen. Ich habe dich gesehen und musste an dich denken. Wenn du eine Träne wärst... Pornos! Nein. Ja. Sie macht immer noch das Dome-Geräusch. Der kommt wieder als Aussüße. Ja, klar. Wenn du eine Träne wärst, würde ich niemals weinen. Hallöchen. Sieht irgendwie aus wie so'n... Schwuler? Markanter. Guck mal, der hat so... Wir sehen aber auch nicht besser aus. Ne. Hä? Was? Wir? Wir gucken uns die Stifte an. Stifte. Stifte sind aber schön aus. Der guckt voll in die Kamera. Da. Ich kann nicht genau auf den zielen. Warte. Das machst du super. Ich weiß. Der könnte unser Bruder sein. Dann zieht es darauf, wenn ich so... Nein, okay. Was machen wir als nächstes? Ich würde sagen, als nächstes... Wir müssen ja auch mal was lernen, oder? Ja. Nein. Hast du nicht gerade? Ja, ich weiß nicht. Lass du jetzt das Teleskop gucken oder so. Wissenschaftliche Experimente machen. Okay, lass mal in die Sonne gucken mit unserem scheiß Teleskop. Ja, ich weiß, ne? So mit einem Tag. Wir müssen noch lernen. In zwei Tagen ist Vollmond. Ah. Ach, diese scheiß Pussy. Oh, wir müssen jetzt ohne Scheiße. Wir arbeiten hart, würde ich sagen. Es geht einfach schneller und besser. Wir arbeiten hart. Hä? Sie hat schon wieder kaum Energie. Hä? Wie schnell hat sie... Oh, ich krieg euch alle! Da du bist, da du bist! Mann, du durdel! Jörg! 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 Jetzt gehen wir zu den Mädel! Das ist ein... Spiel im Stadion sehen. Wir haben ja glaub ich gar kein Stadion. Vampir treffen. Wozu? Jörg! 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 Scheiß auf Schule, Eis ist wie geiler. Das müsst ihr natürlich mit Satire nehmen. Natürlich. Ich will im Pool. Kann man so in einem Einzelhaus wohnen, wäre voll cool. Oder hier eine Farm. Das ist eine Farm? Das sieht so aus, oder? Ja, man, cool. Ich will das kaufen. Oh, sie wünscht sich Hüpfekästchen spielen. Aha. Haben wir hier nicht. Haben wir nicht, kriegst du nicht. Durch Steigerung von Einfluss bei Sportlern. Neun Titel verdienen. Nö, ich will ja kein Sportler sein. Großwirt Abend. Karaoke-Ding. Cool, kann man das? Ich weiß nicht, ob man das hier kann, aber man kann es auf jeden Fall in der Stadt Schaumbad nehmen. Oh. Fuck, sie ist voll gestresst, aber ist gleich hier zu Ende. Haben wir eh nicht genug Spaß gegeben. Ja, genug Spaß für heute. Guck mal, das ist hier so ein bisschen Schaffler-Gedöns. Ah, cool. Genau. Wau, 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 wau. Aha. Wie war denn das hier? Sind hier diese, diese Lichter? Hm? Können wir aber nicht. Das ist cool. Seitdem Aliens auf die Erde kommen. Ist das nicht auch einer von diesen Dating-Online-Profilen da? Oh, Ludo, oder was? Ja, aber das sieht scheiße aus. Okay, sie muss jetzt da schlafen gehen. Tschüss. Oh, du bist so ganz in der Nähe. Lerne. Oh, wow, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Das ist verdammt nah. Ey, welchen Weg sind wir dann gelaufen? Ist so, ne? Hä? Wie weit ist die... Oh Gott. Ach so, hä? Ist doch schlau. Ich bin sofort drin. Oh Gott, ey. Ich glaube, hier kann man nur Kontakt zu werben. Machen wir eh mal weg. Das machen wir doch eh nicht. Das machen wir doch eh nicht. Ich will Karaoke singen. Ich weiß nicht, ob man das hier machen kann. Oh, Mann. Erste Stunde. Hey, ich will das lesen. Mila hat die erste Unterrichtsstunde des Semesters hinter sich gebracht. Die Aufregung war groß, aber jetzt ist Mila angekommen und freut sich sehr auf mehr. Freut sich auf mehr? Freut sich sehr auf mehr. Wow. Mehr Schule. Yay. Okay, das ist schon mal ganz gut. Ich glaube, bis zum Freitag, oh, die Abschlussprüfung, das müssen wir am besten bis ganz oben haben. Ich glaube, dann wird es am besten laufen. Und dann kriegen wir... Ich weiß nicht, ob es auch eine Abschlussfeier gibt? Das wäre cool. Hast du so ein Ballkleid? Boah, ja, Mann. Was haben wir eigentlich bei ihr für ein Abendkleid? Ja, jetzt so ganz hässliches Offen. Ich überlege gerade. Ich glaube, ich habe was Feines genommen. Ich weiß nicht mehr genau. Ah, gut. Kenn ich nicht. Kurz mal ein bisschen umsehen, ob wir vielleicht irgendwo einen Wehrwolf finden oder so. Aber es ist leider noch nicht Vollmond. Dann wird es spannend in der Nacht. Ja. Cool. Dann tauchen Zombies auf und so. Cool. Wie schnell sich das bewegt in der Nacht. Wuhu. 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 nach meinem Profil stehen ich weiß nicht nett oder so aber das war ganz böse ich weiß oh scheiße warum haben wir das eingelassen Scheiße Kinder ist ein Friedhelm oder recht nett und zu mir herrn manche zu haben noch ein Laptop oder auf jeden Fall bei der Mediengemeinschaft an ein paar zimmer Laptop Mediengemeinschaft ist aber auch aber Jungs ist cool nebenbei sich bei den Jungs hier da das kleine Regretterien ich bräue nichts okay dann ist jetzt morgen Dienstag das heißt um 8 Uhr um 8 Uhr müssen wir eine Vorlesung besuchen ja wie lange schläft sie 3 Uhr das ist ja kein Problem guck mal ne man kann nichts anderes machen wenn du irgendwas anderes macht als lernen geht es runter echt das ist total scheiße nein was soll man da schon machen ne kennst du das Lied ne kenn ich nicht klingt aber auch nicht so schlecht springt kennst du das ja ich kann ja auch mal ein anderes Genre hören Pop Indie oh Indie mach mal Indie okay ich finde ja toll ja ja wow wow kennst du das oder keine Ahnung okay es sind echt komplizierte Lyrics äh okay weiter doch das kenne ich klar kenne ich das das klingt nice oh oh I want to know ist das das? what are you waiting for? klar wuh ich will es denn noch voll rein wundere dich nicht wenn irgendwas komisches hängt ja klar ja geil ja das ist cool hier we go again uns geht es mal schlecht mann so böse sind wir es auch nicht schönere Frauen ich auch ich brauch da auf jeden Fall noch Spaß ich bin noch mal da Mitte gesehen die 9 oh oh I want to know oh oh what are you waiting for? say goodbye to my heart tonight oh I want to know oh oh what are you waiting for? what are you waiting for? cool my heart tonight oh da darfst du es echt nicht viel los haben nö ist ja nice dass es hier gibt das Lied und wann gibt es jetzt Vollmond? ähm Instagram ah cool was ist das? Strom Sicherheitskasten ja man kann nichts damit machen ich mag das Lied wir gehen gerade voll hier ab also wenn ihr es nicht seht ist hier noch jemand wach? ach ne ist er schon seit Tag ich kann gerade nicht rechnen 9 minus 22 ist äh was? wieso willst du es wissen? weil ich gerade wollte wie lange wir schon aufnehmen ach so hast du gerechnet äh 9 minus 22? ja ich wette irgendjemand hat es schon ausgerechnet und so boah ihr seid so doof ich habe auch gerade keinen Bock ja ich will mir doch nicht keine Sorge wir sind jetzt nicht schlecht in Mathe oder sowas aber ich habe gerade keinen Bock ich habe nur eins in Mathe haha ja man dann sag das doch jetzt ja muss ich das nachhören haha warte ich weiß es auch minus 17 13 minus 17 ach so minus 17 ja klar 22 minus 9 ja sag das vorher 13 13 ja nein warte nein Quatsch oder? doch 13 9 minus 23 23 sind 7 und 20 minus 7 sind 13 ok das reicht euch gut rechnen mit Capitulera ich will die nicht anrufen das ist echt peinlich von dir dass du das nicht weißt tja egal das war eine gute Idee das Lied dazu ja ist nice ist es aufs Gäste nur ja er komm schon da hat Ludo die geile Sau geschrieben mr hallöchen boi ich leicht nicht hier los ooooo den haben wir doch angeschrieben hi Mila ich möchte nicht mal mit dir befreundet sein nicht mehr nur befreundet sein nicht flirten ich hab gelesen Hi ich möchte nicht mit dir befreundet sein na geil los warum schreibt ihr uns alle an los Hey Mila, ich will nicht mehr Anfrage annehmen. Was heißt das eigentlich, Anfrage annehmen? Hey, was hat der Katz denn geschrieben? Ich erhalte positive Schwingungen von dir. Wir sollten uns definitiv mal treffen. Hey Mila, wir können ohne einander überhaupt nicht funktionieren. Fick dich. Warum? Der klingt scheiße schnulzig. Das klingt eigentlich auch voll scheiße. Der hat genau das gleiche... Ich erhalte positive Schwingungen von dir. Wir sollten uns mal definitiv sprechen. Das klingt auch scheiße. Und, wie kann man den jetzt treffen? Ja, hm, keine Ahnung. Ja, ich liebe dich, mein Schatz. Warum gibt's den nicht? Das sieht ein bisschen besser aus. Oh, du suchst doch ein Becher, sagst du mal. Warum gibt's den nicht? Ich will den unbedingt. Oh, scheiße. So, Spaß. Wir müssen uns finden. Ich leg mal dein Tal ab. Okay, leg mal dein Tal ab. Irgendwie ein Staubsauger. Ah, wie süß. Wir kommen, wir schlärfen hier. Wo denn? Oh, oh, hey, du sch... Oh, süß. Das ist aber nicht unser... Das ist unser Derek. Der Derek. Ne, warte, was? Das ist der Derek. Warte, den wir... Der, der uns zurückgeschrieben hat, flirten. Ah, die ist so sau. Nee, das ist so sau, schlau, hey. Du, Spaß, die. Schon direkt vor unserer... Nächste streichen. Kuscheln die auch, oder? Äh, die denken an zwei unterschiedliche Dinge. Keine Sorge. Das ist voll laut. Du, Spaß, die. Ist so. Wir brauchen Spaß. Wir müssen irgendwie Spaß kriegen. Spaß, Spaß, Spaß. Guck mal, der hat Hunger. Wir sollten für ihn was kochen. Es ist noch zu essen im Kühlschrank. Mach dir was selbst, wie Idiot. Wieso, mein? Kann man mit sich selber Tischtennis spielen? Ah, das wäre cool. Saftponk spielen mit. Tischtennis spielen mit. Lass mal Tischtennis spielen mit Mr. Moon. Okay. Saftponk spielen mit. Anoki Moon. Cool. Anoki! Das ist nicht, irgendwie Anoki? Wuhu! Kommt er automatisch auch dahin? Müssen wir den nicht eigentlich fragen? Was ist das denn? Ist das ein Saufspiel? Sieht irgendwie so aus, ne? Guck mal, was machen wir da? Ach so. Trifft man dann. Daneben. Fail. Ha, ha. Macht Spaß? Okay, macht Spaß gut. Anoki ist so nie... Fail. Fail, du Idiot. Boah, ist so dünn. Kann ich nicht so dünn machen, wo auch, ne? Boah, ist ja ekelaut aus. Scheiße. Ist das tatsächlich ein Dreckspiel? Hab ich doch gesagt. Aber geh doch nachher zur Uni. Scheiß drauf. Gut, guck mal. Ach so, wenn der andere trifft, muss man da was trinken. Und bam, daneben. Hat sie eigentlich getroffen. Wow, das ist echt so ein krasses Saufspiel. Krass. Wollte gut, vielleicht trinken die ja Wasser. Ja, die trinken Saft. Die trinken Saft, genau. Die trinken Affelsaft. Das ist ja alles als Saft bezeichnet. Das ist so lang. Das ist so... Echt? Alles Saft? Ja, Saft. Cool. Das ist kein Alkohol, das ist Saft. Ob das nur in der deutschen Version so ist? Das wäre voll fair. Ne, bestimmt in der amerikanischen auch. Die sind ja so penibel, was das betrifft. Naja, aber weißt du, bei... Achso. Äh. Der hat Hunger. Und dann, das ist der Hungertanz gewesen, ne? Echt? Nein! Achso. Was weiß ich, warum der so komisch rumhastet? Wir müssen ja eigentlich eh zu Uni. Ich weiß nicht, wo wir hin müssen, so. Ich glaube, wir kriegen eine Mitteilung dann. Was ist das denn? Comics by Cave. Oh, der muss immer hingehen. Jo, man. Boah, geil. Was meinst du, wie lang ist die Folge? Du kannst es auch so gut schätzen. Ach, keine Ahnung. Noch nicht so lang. Okay. Achso. Ja, jetzt... Ich glaube, wir sollten aufhören. Ja? Ja. Echt jetzt? Ja, genau. Auf einmal doch? Die reden alle über die gleiche Person. Lästern, ich will auch mal Lästern. Lästern! Lästern! Okay, sie geht auch schon mal schön. Okay. Ja, und dann nächstes Mal? Jo, bis nächstes Mal. Okay. Bis dann. Tschüss. Tschüss.